Musik FHN aktuell, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Hier nun für Sie zusammengefasst die wichtigsten Nachrichten für Niedersachsen und Bremen im Überblick. Die Betreiber von Hochspannungsleitungen in Deutschland geben heute die Ökostromumlage 2014 bekannt. Erwartet wird ein Anstieg um rund einen Cent. Damit wird ein Rekordniveau von 6,3 Cent pro Kilowattstunde erreicht. Ein durchschnittlicher Haushalt, der im Jahr etwa 3.500 Kilowattstunden benötigt, müsse einen Anstieg von 185 auf 220 Euro erwarten. Hinzu kommt noch die automatisch mitsteigende höhere Mehrwertsteuerbelastung. Die Umlage kommt durch die Vergütung der Betreiber von alternativen Energieanlagen zustande. Diese erhalten auf 20 Jahre einen festen Betrag. Über die Umlage wird die Differenz zwischen am Markt erzielten Strompreisen und dem Vergütungssatz finanziert. Durch den massiven Abfall der Strompreise im Jahr 2013 wachsen auch die Differenzkosten. Um den Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen, fordern die Arbeitgeber in Niedersachsen eine engere Verzahnung von Bildung und Ausbildung. Das Thema Berufsorientierung in der Schule müsse noch stärker gefördert werden. Wichtig sei dabei eine zielgerichtete Zusammenarbeit von Schulen und Unternehmen, so die Unternehmerverbände in Niedersachsen. Schüler müssen bei ihren Praktika intensiver betreut werden. Zudem müssten Lehrer besser über Ausbildungsberufe der Region informiert sein und die Unternehmen kennen. Trotz der noch geltenden Studiengebühren steigt die Zahl der Erstsemesterstudenten in Niedersachsens Hochschulen auf einen Rekordwert. Der Grund für den Zustrom wird in Nordrhein-Westfalen vermutet. Dort schloss in diesem Jahr ein doppelter Abiturjahrgang ab. In Hannover steigt die Anzahl der Studenten um 2 Prozent, im NRW-nahen Osnabrück sogar um 4 Prozent. Und die Studentenzahlen können weiter steigen. Das Nachrücker- und Losverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Die offiziellen Zahlen werden im November bekannt gegeben. Die Hochschulen stehen nun vor einer großen Herausforderung. Die Wartelisten auf Wohnheimplätze sind lang. Die Hörsäle sind überfüllt. Die Universitäten stoßen an ihre Grenzen. Sorgen bereitet Experten allerdings die sehr hohe Abbrecherquote. In Ingenieursfächern liege diese beispielsweise bei 50 Prozent. Der Grund hierfür wird bei der Berufsorientierung in der Schule gesehen. Die Überlegungen gehen so weit, von einer verpflichtenden Berufs- und Studienorientierung zu sprechen. Schülern müssten bessere Möglichkeiten der Arbeitsplatzorientierung gegeben werden. Unter dem Motto »Mit kleinen Dingen Großes bewirken« startet die weltweit größte Geschenkaktion für Kinder in Not. Weihnachten im Schuhkarton. Bis Freitag, den 15. November, werden die mit Geschenken gefüllten Schuhkartons an den Sammelstellen angenommen. Wer mitmachen will, sollte sich unter www.geschenke-der-hoffnung.org informieren. Bewährt hat sich eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten. Seit 1993 wurden bereits über 100 Millionen Kinder in rund 150 Ländern beschenkt. Allein 2012 wurden weltweit etwa 9,1 Millionen Päckchen gesammelt, davon knapp 500.000 im deutschsprachigen Raum. Die neue Sicherheitsnorm der Europäischen Union fordert ab 1. Januar 2015 neue Standards, wie viel Gewicht Fahrgeschäfte aushalten müssen. Die Experten der EU haben errechnet, dass Menschen in den vergangenen Jahrzehnten deutlich schwerer geworden sind. In Zukunft wird von einem 100 Kilogramm und nicht mehr von einem 75 Kilogramm schweren Fahrgast ausgegangen. Die Fahrgeschäfte müssen daher stabiler werden, das hat gravierende Folgen für die Schausteller. Nicht nur das Berechnen neuer Statiken kostet Geld, auch das Nachrüsten der Karussells. Wie hoch die Investitionen für den Einzelnen werden, sei noch nicht abzusehen, aber viele Schausteller fürchten das Komplette aus. Selbst alte, antike Karussells seien von der Regelung nicht ausgenommen und werden wohl am Freimarkt verschwinden. Der TÜV Süd hält dagegen. Die alte Norm ist von 1983 und eine Überarbeitung daher notwendig gewesen. Die Schausteller wollen sich nun an die Wirtschaftsminister der Länder wenden, um zumindest einen Bestandsschutz für ältere Karussells zu erreichen. Und das waren die wichtigsten Nachrichten für Niedersachsen und Bremen im Überblick. Jetzt direkt im Anschluss folgt noch das Wetter und danach gibt es eine neue Folge von Aileen at Work. Das war FN Aktuell. Ihnen weiterhin viel Spaß mit unserem Programm. Machen Sie es gut. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017